Hallo meine lieben Freunde hier ist euer 66Shadow und hier habe ich wieder mein nächstes Let's Play von Naruto Shibuden Ultimate Ninja Storm Generations, das wird wahrscheinlich das letzte Teil sein, weil ihr seht jetzt hier, ich habe schon einiges durchgespielt und die Story Modus ist ja gleich so Storm 2 richtig, richtig beschissen, weil, soll für den Wuster, weil man läuft nicht mehr wie im Teil 2 rum und es gibt auch keine Bosskämpfe. Ja jetzt genieß mal und hört ein bisschen zu, weil die Stimme vom dritten Hokage finde ich einfach super geil japanisch. Wie macht es nach meiner eigenen Geschwindigkeit, dass ich es durchlese, weil sonst gibt es zu viel von der Zeit weg von meinem Let's Play. Wie ihr wisst, ich bin ein riesen Fan von der Naruto Story, ich liebe die Serie, ich liebe den Manga und das Spiel haben die recht gut gemacht, nur wie ich gemerkt habe, bei Dora haben die wieder richtig stark gemacht mit seinen Fernwaffen Figuren, da kann man richtig wieder Spams machen im Online Modus. Oh, spiele ich wieder Sasuke, weil im Sasuke Story habe ich diesen Kampf auch gemacht, da frage ich mich, wieso ich in Naruto seinen Story jetzt diesen Kampf nachspiele, nochmal. Ja egal, hier seht ihr den Brüderkampf wo Sasuke noch ein jugendliches Kind war, gegen seinen Bruder Itachi und da habe ich seinen Ultimate Jutsu noch gut verpasst. Jetzt habe ich keinen Tauschschutz mehr, wenn er es setzt, dann kann er sein Platz des Kombi setzen, aber ja, ich bin halt einfach nur pervers. Ich spiele gerade auf mega schwer, deswegen, da habe ich ihn, auf mega schwer spiele ich das. Und so ist die erste Runde schnell vorbei, Gott sei Dank, weil ich will es schon recht schnell durchspielen, die Story. Weil ich will die Story noch verspielen von dem kleinen Naruto, dass ich wenigstens die Story durch habe. Weil ihr könnt damit jetzt euren Eindruck machen, wie die Story Modus ist, weil ihr seht keine Bosskämpfe. Ohne Scheiß, es gibt es keine Bosskämpfe, hier trinke ich auch nur ein Bill XB. Es gibt es wirklich nur Bosskämpfe, keine Bosskämpfe, nur normale Kämpfe, also sowas wie Storm 2 werdet ihr nicht sehen. Ist so kämpferisch wie bei Storm 1. Und das finde ich sehr schade, weil die Bosskämpfe bei Storm 2 waren schon geil und man konnte ins Spiel reinleben bei Storm 2 mit den Rumlaufen. Bei Storm 2 hat man sich in den Charakter reingelebt, weil als ich Jiraiya spielte im Storm 2 zum Beispiel, wo er starb, da kamen Gefühle hoch. Oder wo Hinata, die Dumme, den Naruto gestört hat und dann die Kämpfe, wo der Vater kommt. Das sind so epische Momente, wo man ins Spiel kam und das gewisse Gefühl auf eine Serie hatte, aber hier hat man das einfach nicht. Mit diesen Texten, man hat es nicht. Ich frage mich wirklich, was Bandai da gemacht hat, weil mit dem einfach nur neue Charakter und Story-Modus komplett weg, man, das geht einfach nicht. Ich finde es einfach nur beschissen, dass die Story-Modus so ist. Es muss auch kein Open World sein. Wie in Storm 2 hätte es auch gelangt, dass man laufen kann, die Leute ins Spielgefühl reinkommen kann und dann die Bosskämpfe, dass man richtig schön ins Spiel reinkommt. Dass man sich in die Figur hineinfühlen kann. Aber so trägt man gar nicht, gar nicht so viel mit. Mit dieses Lesereien. Ein 7-Jähriger oder 8-Jähriger, der das durchlässt, kaum. Ich finde es halt wirklich schade. Aber wirklich, wirklich schade, dass es so endet, dieses Spiel. Weil dieses Spiel ist eigentlich ein Superspiel. Ich finde es einfach nur schade. Hier sieht man ja jetzt, hat der kleine Naruto sein kleines Rasengan. Hier kommt jetzt ein schöner Kombo. Naruto. Hier seht ihr, der ist gleich tot. Ein Tausch-Jutsu und jetzt sein Rasengan. Bam! So könnt ihr halt den Gegner richtig cool auskontern. Und wieder das Rasengan. Jetzt habe ich auch keinen Tausch-Jutsu mehr. Das träge ich jetzt. Aber er kontert gleich. Die Runde ist eine Fehlrunde, aber... Ich glaube, ich sterbe sogar. Weil ich will unbedingt dieses dumme 200-Sperrfeuer-Jutsu machen. Und das schaffe ich aber nicht mehr. Und Kao, da geht der Daun. Da geht der Daun mit dem Rasengan. Ich treffe vielleicht ein Zeh. Aber wie gesagt, ich finde es einfach nur ein bisschen blöde. Wieso Bandai das Spiel überhaupt so kaputt gemacht hat. Und jetzt gucken, ich glaube, jetzt müsste... Nein, jetzt haben wir hier zu sein. Dann müsste der von Kaguya-Klan-Kampf noch kommen. Gegen den Knochenmann, wenn ihr es noch wisst. Da kommt noch der Zwischenkampf. Ich spiele das bisschen schneller, weil ich finde die Story-Modus einfach nur Scheiße. Ja, hier seht ihr, wo Sasuke abhaut. Und gegen den Ato. Diese Linie der Kämpfe von Kaguya-Klan, dem Kimi-Maro. Der eigentliche Körper von Oshimaru, aber er war ja krank. Deswegen... Ja, nach dem Kampf, dann kommt wahrscheinlich der Superkampf Naruto gegen Kakao. Äh, was sage ich da, Sasuke. Deswegen muss ich das mal in zwei Minuten mal früh schnell... Oh, da hat der mich erwischt. Ja, ein bisschen konzentriert. Da hab ich ihn, ja, in meinen Griff. Ah, scheiße, er ist stark. Ah, nee, das war jetzt ein gruber Fehler von mir. Ah, nee, das war jetzt ein gruber Fehler von mir. Er hat mich, er hat mich, er hat mich. Nein, Mann, er hat mich erwischt. Gleich nochmal. Was für ein Fail. Ich glaube, da wird ein kurzes zweites Teil kommen. Ich glaube, da wird ein kurzes Teil kommen. Erfolgreicher Kombi. Nice, so gefällt es mir. Ja, meine Toush Jutsus sind jetzt auch voll wieder. Und da erwische ich ihn mit dem Rasengan. Und Rasengan, nice. Und da geht er down. Ja, wie ihr seht, es ist live. Und die Story-Modus-Text, das werde ich jetzt komplett überspringen, damit ich noch schnell auf dem letzten Kampf komme. Weil das wird dann Naruto gegen Sasuke sein. Deswegen kommt speichern, weil in unter zwei Minuten den Sasuke zu besiegen. Ah, das wird schwer kommen, hundertprozentig. Da überspringen, so kommt der Endkampf. Und vielleicht höre ich mittendrin auf, aber ihr könnt sicher sein, dass ich den halt besiege. Weil ich kann halt nur 15 Minuten aufnehmen. Ah, da kommt er gleich mit seinem Super-Move. Da habe ich ihn auch. Da habe ich ihn auch. Ja, dann beende ich jetzt hier, weil gleich sind die Minuten um. Deswegen, das beende ich jetzt hier, Leute. Ja, wie ihr seht, macht euch euren eigenen Urteil, wie das Spiel für euch ist. Ich habe einiges gesagt. Das war euer 66 Shadow. Das war ich dir. Vielen Dank.